Nach mehr als 40.000 zurückgelegten Kilometern über 200 Tagen auf der Straße und tausenden begeisterter Kunden geht die Tour weiter. Woche für Woche besuchen bis zu 400 Kunden und Interessenten unseren Tools on Tour Truck live und direkt vor Ort auf dem eigenen Firmengelände. Woche besuchen Bis zum nächsten Mal. Überzeugen auch Sie sich von der Qualität der Hoffmann Group und erfahren Sie mehr über unsere Garant Highlights. Wie das Höhenmessgerät, das Nullpunktspannsystem, das Rauheizmessgerät, Schrumpfgerät, Voreinstellgerät und Messmikroskop. Die flexiblen Automatensysteme Garant Tool24 und vieles mehr. Auf seiner Tour rollt unser Truck durch ganz Europa. Lassen auch Sie sich von der Faszination Werkzeug begeistern und Ihren Arbeitstag zu einem Erliebnis werden. Vielleicht ist er ja schon morgen auf dem Weg zu Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.